Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, ihr seid alle gut in diesen Samstagmorgen reingestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 22.700 US-Dollar. Wir haben endlich unseren Trendbruch bei Bitcoin bekommen. Ethereum-Trade läuft. Werden wir jetzt auch gleich nochmal drauf genauer eingehen. Was ist jetzt wichtig für das Wochenende? Was sind unsere Preisziele? Wo könnten wir möglicherweise jetzt am Wochenende hin dumpen oder hin pumpen? Schauen wir uns alles ganz genau an. Bevor wir hier noch starten, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, drückt auf die Glocke, damit ihr immer eine Benachrichtigung kriegt, wenn ein neues Video online kommt. So wie zum Beispiel, diese Altcoins kaufe ich jetzt. Wir haben wieder, oder ich habe eure ganzen Altcoin-Wünsche, bin ich durchgegangen. Da könnt ihr dann einfach mal gerne drunter gucken. Video ist gestern Nachmittag online gekommen. Schaut es euch gerne mal an. Also ich habe hier unten nochmal alles mit Timesteps. Wenn da irgendwas dabei ist, was euch vielleicht weniger interessiert, könnt ihr einfach durchklicken. Wir haben uns alles mögliche angeguckt. Und damit solltet ihr dann vorbereitet sein für die nächsten Wochen. Ich werde das jetzt vielleicht sogar alle zwei Wochen einfach mal machen, wo ich eure Altcoins sammle. Und dann immer wieder mal in einem ausführlicheren Video. Das hat jetzt auch wieder 27 Minuten gedauert, wo ich das dann alles mal wieder vorstelle und euch dann noch ein bisschen näher drauf eingehe. Also wenn ihr darauf Bock habt, gerne unten in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr darauf Bock habt. Und natürlich weiterhin eure Altcoin-Wünsche. So, genug Werbung gemacht. Jetzt fangen wir an mit Bitcoin. Wie gesagt, momentan 22.700 US-Dollar. Wir haben unseren Trendbruch bekommen, nachdem der Markt doch nicht mehr so stark war. Also Bitcoin hat es nicht mal mehr hier oben in die Region in unsere grüne Box, wo ungefähr 23.900 US-Dollar geschafft. Heißt auch hier wurde kein Short-Trade ausgelöst. Für mich war hier die grüne Box einfach die Short-Area. Wir sind nicht ganz reingekommen, leider. Aber trotzdem haben wir erst einmal den Trendbruch. Mit zwei, vier Stunden kennen Sie schon da drunter waren. Das Volumen war jetzt nicht der Knüller. Also im Endeffekt wenig, wenig Volumen. Der RSI ist weiterhin im mittleren 50er-Bereich. Also auch hier wenig Änderung. Die vier Stunden E-Mail-Ribbons geben Support. Trotzdem spricht für mich momentan wirklich eher, dass wir doch in dieses Golden Pocket hier unten reingehen. Bei ungefähr 21.000 US-Dollar. Hier hat im Endeffekt die Bewegung der Woche gestartet. Wir haben hier unten diese vier Stunden die Mahnzone, der 200, der SMA und der Abtrend ist halt hier unten auch noch. Also die Konfluenz ist weiterhin hier unten sehr, sehr stark da. Mit einem Fake-Out ins 0786 halte ich auch für möglich. Aber diese Zone hier unten sollte meines Erachtens auf jeden Fall berührt werden. Beziehungsweise dann ein neuer Anlauf in die Region um 27.000 US-Dollar getroffen werden im Endeffekt. Ja, gefällt mir nicht so gut. Wie gesagt, wir haben die ganze Woche schon darüber gesprochen. Die 27k sind möglich. Wir haben es nur bis 24.3 geschafft. Obwohl wir hier, wie gesagt, keinen wirklichen Widerstand mehr hier drüber haben. Deswegen die Bewegung war sehr, sehr schwach. Wir haben Volumen gehabt, was jetzt dann wieder deutlich abgefallen ist. Deswegen spricht einfach viel, viel mehr dafür, dass wir hier nochmal in die Region zwischen 21 und 21.5 einfach nochmal runtergehen. Hier unten werde ich dann wahrscheinlich eine neue Long-Position reinmachen. Aufgrund dieser viel, viel Konfluenz, die sich einfach hier unten in diesem Bereich befindet. 200er SMA, Golden Pocket, also 0618er Fibonacci Retracement Level bis 065er ist das Golden Pocket für alle, die das noch nicht wissen. Plus dieser Abtrend, das spricht einfach mehr dafür, auch um den Ares Eye nochmal abzukühlen. Die Woche hat im Endeffekt hier unten gestartet und wurde dann impulsiv, sag ich mal, weitergeleitet. Und jetzt einfach nochmal so ein Rücksetzer, wäre vielleicht nicht verkehrt. CME Gap müsste bei ungefähr 22.300 US-Dollar liegen. Ronny hat es schon angepinnt, ich habe es aber ehrlich gesagt noch nicht wirklich, ich habe es schon wieder vergessen, wo es ist. Aber schaut da gerne in die Telegram-Gruppe, ist auf jeden Fall angepinnt, wo das CME Gap für dieses Wochenende ist, was wir im Auge behalten könnten. Ansonsten gibt es auf dem 4-Stunden-Timeframe sehr, sehr wenig zu sagen. Gucken wir noch auf den Daily Chart, machen nochmal unseren Weg, der eingeleitet werden soll, weg. Und da sehen wir auch, wir sind jetzt unter dem Monats-Pivot drunter mit der Daily Candle. Wir hatten den Tag davor noch minimal oder fast genau, punktgenau auf diesem Monats-Pivot geschafft. Jetzt der erste Tag komplett darunter. Zweiter Tag hat es so gestartet, dass wir im Endeffekt ganz kurz wieder da hochgekommen sind und rejected worden sind. Und auch hier seht ihr ganz gut, machen wir mal ganz kurz hier das FIP-Level weg, aber merkt es euch mal, 20-7, 20-9. Und dann sehen wir auch hier, dass wir nicht nur eine 4-Stunden-Demand-Zone haben, sondern auch eine Daily-Demand-Zone hier, genau in diesem Bereich, wo wir gerade eben drüber gesprochen haben. Also es ist wirklich sehr, sehr viel Confluence da unten, deswegen spricht halt auch wirklich das meiste dafür. Und es ist halt auch der größte Support, weil bricht dieser Support noch in der nächsten Zeit? Und auch mit einer vielleicht sogar Daily Candle darunter, dann können wir nochmal über die 18.500 oder sogar die 17.000 US-Dollar reden. Das ist aber jetzt wirklich das bearishere Szenario. Darauf gehe ich ehrlich gesagt noch nicht so tief ein. Dafür muss erst wirklich auch übergeordneter Trend gebrochen sein. Und dann können wir auch darüber reden. Ansonsten ist auch der Retest hier in diesem Teil im Endeffekt gefailt. Also für mich ist es kein richtiger Retest mehr, dieser Range. Wir haben zwar ein höheres hochgebildet, aber für mich sieht die Bewegung einfach nicht stark aus. Für mich einfach nochmal die 21k und nächste Woche können wir dann nochmal Richtung 27, 28k schielen. Übers Wochenende für mich momentan eher Downside. So, dann Ethereum. In den 4-Stunden-Chart wieder. Haben wir gestern darüber gesprochen, wo ein möglicher Short-Entry wäre. Ich habe euch gesagt, hier drüben dieses Volumen wird auf jeden Fall noch gefischt. Ihr seht hier diesen Wig, ihr seht dieses krasse Volumen auf dem 4-Stunden-Chart. Haben wir auch so eingezeichnet, dass wir hier nochmal hochgehend das hochholen. Wir haben es minimal geholt. Ich glaube so um 4, 5 oder 10 Dollar maximal. Also jeder, der da in den Short reingegangen ist, so wie wir es besprochen haben, herzlichen Glückwunsch. Profite, habe ich ja gestern gesagt, habe ich dann auf jeden Fall schon rausgenommen. 25% hier in diesem Bereich, da unten bei 1540. Trade läuft immer noch. Werde aber überlegen, ob ich nochmal ein bisschen Profite rausnehme. Also Stop-Loss ist auf jeden Fall auf Entry mittlerweile. Bilden wir hier nochmal ein höheres Hoch. Mit noch weniger Volumen werde ich vielleicht nochmal ein Short reingehen. Also das ist so momentan die Idee, die ich habe. Auf jeden Fall Trade, absolut profitabel momentan. Auch hier haben wir den Trendbruch. Kämpfen aber hier immer noch ein bisschen mehr, auch wenn das Volumen absolut mager ist. 4 Stunden E-Mail-Ribbons geben und Support. Aber wir haben das gleiche Spiel wie bei Bitcoin. Unten liegt die Liquidität. Hier in diesem Bereich, sage ich mal 200, SMA, Golden Pocket, ehemalige Supportzone. Hier könnten wir einen richtigen Retest noch bekommen. Also die Confluence da unten ist nochmal viel, viel krasser als bei BTC. Deswegen für mich auch mögliche Long-Einstiege sind dann hier unten in diesem Bereich. Und darauf werde ich dann auch, da werde ich dann nochmal Bescheid geben, ob ich dann auch hier wirklich in eine Long-Position reingehe. Aber die Confluence, die da unten ist, ist einfach meines Erachtens viel, viel zu stark, dass man hier vielleicht nicht eine Long-Position eingehen sollte. So, dann XRP, schauen wir uns auch mal an. Hier gleiches Spiel wie bei Bitcoin. Wir hatten hier zwar noch ein höheres Hoch, haben es aber danach nicht mehr drüber geschafft. Also das wäre auch so das Wunsch-Szenario gewesen, so wie bei Ethereum, wie wir drüber gesprochen haben. Minimal höheres Hoch, Liquidität abfischen und dann den Grad nach unten gehen, haben wir hier leider nicht geschafft. Also wir sind auch hier nicht mal in irgendeine Supply-Zone reingekommen. Ihr seht sich ganz gut hier. Hier wäre die Supply-Zone gewesen bei ungefähr 0,37 und wir sind nur bis 0,37,13 und bei 0,37,33 wäre die Supply gewesen. Aber gut, müssen wir mal schauen. Hier momentan auch keine Short-Idee. Ich bin auch eher dafür, dass wir hier unten dann in eine Long-Position in dem Bereich des 200er SMA bzw. des Abtrends eingehen. So, dann habe ich noch vergessen bzw. war es leider, ich glaube 5 Minuten oder so zu spät, bevor ich mit dem Altcoin-Video angefangen habe, hat noch jemand geschrieben, er wünscht sich Litecoin. Dann habe ich gesagt, okay, nee, gehen wir heute auf jeden Fall mal ein. Müssen wir aber hier noch meines Erachtens ein bisschen Ordnung schaffen, haben wir lange nicht mehr angeguckt. Eigentlich das gleiche Spiel. Also ihr seht auch hier wieder diesen Peak mit viel Volumen, den haben wir uns nicht mehr geholt. Was aber eher dafür spricht, dass wir bei Litecoin wirklich nochmal irgendwo in diese Region gehen und dann noch eine neue Short-Möglichkeit dann wirklich uns anschauen. 200er SMA verläuft parallel, also wirklich parallel zu unserem Abtrend hier. Das wäre dann auch nochmal eine Möglichkeit, um eine potenzielle Long-Position zu eröffnen, je nachdem, was jetzt zuerst kommt. Gehen wir zuerst hier hoch, werde ich auf jeden Fall eine Short-Position eröffnen. Gehen wir hier runter, müssen wir gucken, ob hier Confluence genug ist, um hier eine Long-Position zu eröffnen. Hat den Sinn, wir haben hier noch einen größeren Pump, ohne wirklich eine Zwischenpause, sage ich jetzt einfach mal. Deswegen vielleicht sogar ein bisschen weiter nach unten orientieren. Wir ziehen uns dazu einfach nochmal das FIP-Level dazu, gucken, wo die Confluence liegt. Und da sehen wir, okay, Pump würde ich vielleicht doch nicht long. 200er SMA ja, müssen wir aber dann ein bisschen Risk einplanen und mindestens unsere 4%. Und dann kann man im Endeffekt schon fast vor dem Golden Pocket, minimal vor dem Golden Pocket, die Long-Position eröffnen. Aber auch hier, wie gesagt, warte ich noch ab, was jetzt als erstes kommt. Gehen wir doch nochmal ein bisschen höher oder gehen wir weiter runter. Und dann schauen wir einfach mal. Aber das ist so dieser Bereich, wo ich sagen würde, okay, nächste Long-Position könnten wir hier möglicherweise eröffnen. So, soviel dazu. Wenn ihr noch Altcoin-Wünsche habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare rein. News gibt es momentan keine, nur noch eine Matic und Elrond. Altcoin-Chart-Analyse bzw. Prognose könnt ihr euch gerne reinziehen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen, ich hoffe, sonnigen Samstagmorgen bzw. schönen Start ins Wochenende. Wir hören uns dann morgen früh zum Update-Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Stay Crypto.